Musik Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wie ihr schon im Titel seht, heute mal kein Vlog, kein Food-Video, sondern wieder mal was ganz anderes und ich hoffe, das Video kann euch helfen, ein paar Videoideen zu finden, die man nicht nur auf YouTube, sondern auch auf TikTok oder auf Twitch umsetzen kann. Da ich das natürlich ein bisschen geordnet haben wollte, habe ich für euch drei Kategorien rausgesucht. Die erste Basic, die zweite ausgefallene Videoidee und die dritte originelle Videoidee. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne liken, kommentieren und abonnieren. Da würde ich mich sehr freuen und dann würde ich gar nicht länger rumquatschen. Viel Spaß mit dem Video. Kategorie Nummer 1, Videoidee Nummer 1 und wir fangen an mit einer Sache, kennt ihr wahrscheinlich alle, Q&As. Q&As als erstes Video würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Wenn ihr schon eine kleine Zuschauerschaft habt oder auf anderen Sachen wie zum Beispiel Instagram schon sehr, sehr aktiv seid, dann könnt ihr die Fragen natürlich auch davon nehmen. Top 5 oder Top 10 oder Top 20. Ihr könnt eine Liste machen. Die Top 10 besten Sachen für das und das. Die Top 5 besten Apps für das und das. Dann kommen wir zu den altbekannten Lifehacks. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich keine Gewinnerkategorie ist, da würde ich nicht empfehlen, tausende Lifehack-Videos zu machen. Aber ab und zu mal ein Lifehack-Video, wenn man wirklich gar keine Idee hat für das nächste Video, kann schon ganz hilfreich sein. Dann eine Sache, die man sich vielleicht selber schon mal angeguckt hat. Und zwar Foto-Inspiration, Foto-Ideen. Ja, manche nehmen die von Pinterest, manche zeigen es an ihren eigenen Bildern, was man an welchen Orten, zu welcher Tageszeit, wie auch immer, für Bilder machen kann. Welche Position, manchmal weiß man nicht gut, was macht man mit den Händen im Video, dass die nicht so komisch dastehen. Streamt ihr auf irgendwelchen Seiten, habt ihr einen Twitch-Account, dann macht doch Highlights. Highlights. Natürlich sollten die Highlights jetzt nicht ganz langweilig sein oder irgendeinen Mehrwert auf jeden Fall bieten. Das vs. das. iPhone vs. Android. Schokolade vs. Chips. Was man auch immer machen will. Ob es um einen Kameravergleich geht, ob es um einen Essensvergleich geht, ob es um Haarprodukte geht. Also wieder auf alles anwendbar. Eine Sache, die sich natürlich öfters mal anbieten könnte, ist ein Unboxing. Zum Beispiel, wenn man einen Technikkanal hat, dann ganz grob Tipps und Tricks, auch wieder auf alles anwendbar. Wenn ihr irgendwelche Special-Tipps habt für die Leute. Thrift-Hauls oder Second-Hand-Hauls. Ist mal was anderes als ganz normale Hauls. Und damit gehen wir auch schon weiter und zwar Ästhetik-Videos. Ich mache das für einen Monat und das ist passiert. Oder ich habe das und das gemacht für eine Woche, für einen Monat, für mehrere Monate. Dann natürlich das altbekannte Storytime. Wie gesagt, auch als erste Videos schwierig. Da muss es schon eine krasse Story sein. Aber wenn ihr schon ein bisschen dabei seid, dann ein Storytime. Ein kurzes, für einen Short oder einfach eine längere Story. Podcast-ähnlich mit Freunden sich zusammensetzen und die Story zusammen erzählen. Dann kennt ihr wahrscheinlich diese Rank-Listen. Und dazu natürlich Unpopular Opinion. Ihr sagt irgendwas, was natürlich in dem Rahmen sein sollte. Es sollte in dem Rahmen sein. Was ihr denkt, was andere vielleicht ganz anders sehen oder wo ihr sagt, sieht das vielleicht jemand so, sieht das niemand so. Man ist sich manchmal auch gar nicht sicher. Eine Transformation von euch, wenn ihr Sport macht, wenn ihr irgendwelche neuen Sachen ausprobiert, wenn ihr neue Hobbys habt. Seid ihr auf der Plattform eures Vertrauen schon länger aktiv und habt vielleicht eine kleine Community, dann würde ich euch auch ein Video empfehlen. So habe ich auf YouTube angefangen, auf Instagram, auf Twitch, wie auch immer. Zeigt eure Anfänge. Vielleicht so habe ich mein Video am Anfang bearbeitet versus jetzt. Dann natürlich passend dazu, so mache ich meine Thumbnails. So suche ich meine Titel aus. Diese Tags packe ich in meine Infobox. Alles so ein bisschen kombinieren. Ich lebe einen Tag wie. Und natürlich hat es der liebe Ivanio vorgemacht. Ich lebe einen Tag wie Montana Black. Ich lebe einen Tag wie Tanzverbot. Ich lebe einen Tag wie so und so. Geschenkideen. So einfach wie es auch ist, Geschenkideen. Aber einfach mal verschiedene Inspirationen geben. Kommen wir zum nächsten und zwar YouTube Video Ideen. So ein Video, wie ich es hier gerade mache, könnt ihr natürlich auch machen. Wenn ihr selber noch coole Video Ideen habt, die jetzt in diesem Video nicht vorgekommen sind, die ihr auch noch nicht in anderen Video Ideen, Videos gesehen habt, dann macht gerne auch so ein Video. Meine Lieblingsbücher über ein Thema Umwelt. Meine Lieblingsbücher über Umwelt. Meine Lieblingsbücher über vegane Ernährung. Meine Lieblingsbücher über das und das. Dann gibt es dazu natürlich auch meine größten Fehler bei. Meine größten Fehler bei Büchern. Beim Bücherkauf. Meine größten Fehler beim Kochen. Meine größten Fehler beim Wandern. Zehn Sachen, die mein Leben verändert haben. Zehn Sachen, die ich niemals wieder machen würde. Zehn Sachen, die ich jedem empfehlen würde, wenn. Zehn Sachen, die Dinge, die man im Sommer in der und da machen kann. Bremen. Ja, Bremen. Zehn Dinge, die man machen kann. Zum Beispiel Waterfront. Zum Waterfront gehen. Oder ins Paulanas Produktvorstellung. Ein gutes oder ein schlechtes Produkt. Oder dieses Produkt hat mich überzeugt. Dieses Produkt hat mich nicht überzeugt. Hier sind kurz und knapp ein paar Ideen, die ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt. Die ihr überhaupt nicht auf dem Schirm hattet. Top 5 Apps für YouTuber. Top 5 Apps für Streamer. Erste eigene Wohnung. Tipps und Tricks für andere Leute, die gerade ihre erste eigene Wohnung bezogen haben. Die dort vielleicht beim Umräumen, beim Möbel kaufen, beim Umstellen. Wie putzt man die Scheiben richtig? Wie auch immer. Ganz egal. Einfach ein paar Tipps. Ob es ums Geld sparen geht. Ob es um Top-Produkte geht. Dann ein Video, was ich selber gemacht habe. Kuchen backen ohne Rezept. Waffeln machen ohne Rezept. Pizza machen ohne Rezept. 10 oder 20 oder 5 oder 8 Gadgets unter 100 Euro für Kamera-Equipment. YouTuber. Streamer. Wie ihr wieder wollt. Wie es bei euch passt. Einfach mal ein paar Sachen zeigen. Können dann natürlich auch Apps sein, die leider kostenpflichtig sind. Oder Gegenstände. Oder wie ihr wollt. Wie ihr es umsetzen könnt. Behind-the-Scenes-Videos. Ein Zusammenschnitt von eurem Jahr. Ein Fail-Video von eurem Jahr. Die besten Ausschnitte. Die schönsten Momente. Egal welche Emotionen. Die traurigsten Momente. Die lustigsten Momente. Es muss auch nicht das ganze Jahr sein. Es kann auch ein halbes Jahr sein. Aber natürlich macht ein ganzes Jahr immer mehr Sinn. Es ist einfach eine schöne Erinnerung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und vor allen Dingen, es hat euch geholfen. Ihr habt ein paar Ideen bekommen. Ihr habt ein paar Ideen bekommen, wo ihr wusstet. Ah stimmt, das kann man ja machen. Ach stimmt, das gibt es ja. Schreibt auch gerne einen Kommentar. Was man zum Beispiel noch machen könnte als Video-Ideen. So weit war es das mit dem Video. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.